Herzlich willkommen bei uns in der Landi-Wartau in Trübach. Grüezi Manfred. Ja, oi Hans. Servus. Und, was sind wir noch für einen Bedarf? Hallweder. Ich brauche etwas bei dir. Soll ich noch behilflich sein? Ja, das geht. Oder findest du es? Das Nummer 60. Ja. Suchst du gerade etwas Bestimmtes? Ja. Die Winkel sollte schon. Ja. Das haben wir im Duik-Bereich. Etwas müssen wir hier hinaus. Wollen wir das auch? 3 cm. Ja. Wir können das nicht mehr mit. Grüezi miteinander. Finden Sie? Oder darf ich dir helfen? Nein, wir sind schon mal hier. Sind wir schon mal hier? Ja. Haben wir noch etwas zu wenig gehabt? Ja, genau. Brigitte, wie sieht es aus in unserem Grünen-Bereich? Ja, tipptopp. Kommt noch weg zu uns. Wir haben eine grosse Auswahl an Pflanzen. Und alles, was sonst rundherum zum Garten gehört. Nein, wenn Sie es jetzt auf das Wochenende möchten, oder? Dann müssen Sie mir das vielleicht bis zum Donnerstag sagen. Dann kriegen Sie es am Freitag. Ja, es ist relativ breit. Wir müssen ein grosses Auto haben. Richtig korrekt. Ja. 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 Wir haben sie auch ausmieten. Das ist eine Spezialität von uns. Oder Leihweise. Respektive. Franco braucht 12 Franken pro Garnitur pro Set. Und dann haben wir natürlich neue. Auch 80er. In zweierlei Qualität. Eine für 99 und eine für 159 Franken. Grüezi. 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 Sie sind interessiert an einem Roboterrasenmäher. Ja. Ich hätte Ihnen gerne einen anderen geholt. Er ist zuständig für unseren Rasenbedarf. Zubehörartikel. Das ist unser Fachmann, der auch kompetente Auskunft geben kann. Gut. Das wäre jetzt ein kleiner. Ja. Der ist ausgeleitet bis zu 300 Quadratmeter. Das wäre jetzt ein grösser. Der ist ausgeleitet bis zu 1500 Quadratmeter. Da kann man programmieren. Ob es Nachtraum und Tag soll laufen. Und was natürlich Vorteil ist, dass man Roboterrasenmäher einheit von sich. Und wir können in dieser Zeit den Haushalt erledigen oder andere Beschäftigungen tätigen. Wie sieht es aus mit den regionalen Produkten, die wir haben? Was können wir im Moment anbieten? Regional haben wir sicher die weissen Spargeln. Ja. Einheim ist Schwartauer. Einheim ist Schwartauer. Einheim ist Schwartauer Spargeln. Und sonst aus dem ganzen Früchte- und Gemüse-Segment. Was ist hauptsächlich Schweizer wahr? Ja. In der Schweiz haben wir jetzt eigentlich alles. Bis auf 40 Nektarinen. Also sprich auf Südfrüchte sagen wir jetzt. Ja. Und das andere haben wir also in der Schweiz. Machen Sie ein Fest oder einen sonst grösseren Anlass. Das ist ein Apéro. Ein Geburtstagsfeier. Für jede Frau und jeden Mann haben wir hier ein reichhaltiges Angebot im Getränkebereich. Wir bieten Festmobiliar in Form von Festgarnituren, Kühlschränken, Stehtischchen. Mit einem Gesamtsortiment, das wir hier anbieten können. Zum Beispiel aus dem Weinbereich. Ganz etwas Spezielles, das wir anbieten können, ist die Vino. Das sind selektionierte Weine aus der Folgelinie heraus. Mit prämiertem Wein. Mit Aktionen, die wir dort anbieten können. Auch von der Preisklasse her. Ein reichhaltiges Bierangebot können wir auch anbieten. Nebst unseren Eigenmarken haben wir auch Markenbier. Und zwar verschiedene und da ist sicher auch euer Bier darunter. Wir punchen, hier ein